Wunderschönen guten Tag. Wir feiern morgen ein Fest. Verleihen Sie Kühlschränke? Ja, haben wir. Super, was kostet das? Sieben Euro am Wochenende. Sieben Euro am Wochenende? Ja. Wow, ich habe ein Bingsang, das ist ja so. In welcher Größe? Äh, so? So wie da oder noch eine mittlere Größe? So wie da? Das ist bloß im Laden hier jetzt gerade. Den haben wir nicht da. Ja. Also draußen stehen noch ein bisschen so in der Seite. Okay, super, die schauen wir uns an. Bekomme ich den Kühlschrank bei Ihnen auch schon gefüllt? Können wir machen, wir wissen was Sie brauchen. Okay, perfekt. Wenn wir Sachen nicht ausgedruckt haben, können wir die dann zurückgeben? Ja, auf Kommission ist das also. Wow, toll. Wah, Teihauhler. Den Kühlschrank finden wir draußen, ja? Ja, das ist perfekt. Er wird uns nicht mehr helfen, wenn mein Laden. Perfekt, danke. Muss ich für den Kühlschrank auch eine Kaution hinterlegen? Nö. Telefonnummer, Name, Reihen? Genau. Hm, wrongeba. Das ist nicht so schön, das ist. Wo stehen Sie? Gut, dann gucken wir noch ein bisschen in und zu ein paar Sachen aus. Genau, ja, muss man dann ausprobieren, danke. Okay, das ist klar. 寶貝,你想喝什麼? Wir schauen mal,果汁. 果汁,啤酒,水. Süßes Pudeln. 甜水. 天气水. Und auch葡萄酒. So, wir schauen uns mal an. So ein Wagen nebenan. Haben Sie so ein Wagen oder so? Ja. Hm? Oh! Wir schauen, wir schauen, wir schauen, wir haben noch was zu essen. Wer ist das? Ich glaube, es gibt noch jemanden, oder? Ich glaube, es gibt noch einen. Sicher? Es ist perfekt. Du hast noch einen Kühlschrank喝, aber es gibt noch viele. Ich glaube, es ist richtig Mellor. Ich glaube, es ist richtig Mellor. Ich kann das zurückgehen. Okay. Das ist Hoholunder. Sehr gut. Du hast noch ein Kühlschrank喝. Das ist was, was ich? Hot Loh. Das ist Radler. Ich bin sehr gerne auch ein Kühlschrank. Das ist Pudeln und Kühlschrank. Pudeln und Kühlschrank? Was ist Wasser? Das ist Wasser. Was ist das? Das ist Pichu und Schwerb. Was ist das Name? Ich weiß nicht. Es gibt noch andere Sachen. Schwerb. Klär und Schwerb. Ein Rohr war dieérien? Schluss! Es war ein donateil. Und was es? Die TeVEN doch? Was glaub ihr? Ich glaube, alleisse samee. Was blätter? Ich finde es so schön. Das ist ein Löschzwerg. Oh, das sieht gut aus. Es ist ein kleiner Einzwerger. Das 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 sind alles Bügelflaschen. Bügelflaschen sehen schon cool aus. Das Helle ist echt ein Vollmond Bier. Warum haben wir so viele Bügel? Schmacken ist einfach für verschiedene YouTubern. Infrastruktur. Oder es ist ein Allergarten haben. Es ist dann schon eine Hip RE commentaires. Ein Fastas K antes слова, das ist ein겁ges loading. Und da machtICE Aha ist ein Meer aus. Doppelbucci! Was heißt diese Frau seit immer noch? Lisa hat immer nochAAAA hosen? Ich esseу atualnerывает ja das Spiegel. Das wollte ich gerne malapatieren? Doppelbucci. Es names名iert sind auf 17iex. Das ist eine Menge Kostens. Wir müssen uns ein paar Mal kaufen. Okay? Wir müssen ein paar mal. Ich will ein paar Mal. Ich kann ein paar Kostens. Ich kann ein paar Kostens. Ich kann ein paar Kostens. Wir können die Kostens. Wir haben auch noch einen Kostens. Wir können ein paar Kostens. Wir haben das. Du hast es genug? Ja.